Wir sind trotz der Bauphase noch verheiratet, dank Herrn Brendel. Ja. Ich bin Ann-Kathrin, das ist mein Mann Alex. Mein Mann ist Unternehmer, ich bin Buchhalterin und wir durften ländlich bauen für unsere Familie mit unseren beiden Töchtern und unserem Hund. Wir haben uns überlegt, ganz generell erstmal überlegt, dass wir gerne bauen möchten und waren von der Menge der Angebote doch schier überfordert und haben bei vielen Freunden gesehen, dass es sehr viele Probleme gab und die wollten wir gerne für uns vermeiden. Wir haben uns für den Herrn Brendel entschieden, weil wir Probleme vermeiden wollten und ich als Zahlmensch sehr darauf fokussiert bin, möglichst die Kalkulation einzuhalten und Herr Brendel sollte uns genau in diesem Bereich unterstützen. Wir haben Herrn Brendel zu Beginn mit in den Prozess einbezogen, den richtigen Baupartner zu wählen und Herr Brendel hat uns in den einzelnen Abschnitten gerade zu Beginn wunderbar geholfen, als es um die Kalkulation ging. Der wesentliche Vorteil war, dass wir sehr viel Geld gespart haben, dadurch, dass Herr Brendel uns professionell beraten hat. Es gab regelmäßige Gespräche und wir konnten über Fotos den Herrn Brendel regelmäßig über die Fortschritte unseres Baus informieren und hatten so die Sicherheit, dass entweder alles richtig läuft oder wenn etwas schief lief, dass wir sofort eingreifen konnten. Gerade die professionelle Baudokumentation hat uns sehr geholfen zu sehen, dass hier kein Fusch betrieben wurde. Vermutlich wäre ich total überfordert mit den ganzen Prozessen. Ich habe ja keine Ahnung vom Bauglesen. Ich hätte nicht verstanden, was hier passiert, was gerade gemacht wird. Hätte mir vermutlich unglaublich viele Sorgen gemacht und wer weiß, wahrscheinlich hätte ich den ein oder anderen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt. Besonders gefallen hat uns, dass Herr Brendel als Mediator bei einzelnen Bauabschnitten fungiert hat, wenn wir uns als Ehepaar nicht hundertprozentig einig waren und Herr Brendel mit seiner fröhlichen Art und Weise Ruhe in die Bauphase und in unsere Ehe gebracht hat. Ich als emotionaler Mensch kann die Bauherrenbegratung von Herrn Brendel auch absolut jedem empfehlen, der darüber nachdenkt zu bauen. Einfach, weil es unglaublich viel Ruhe in dieses Projekt bringt, das sonst so anstrengend ist. Vielen Dank.